Der Universal Druckzerstäuber ist für verschiedene Waschlösungs- und Reinigungsmittel geeignet und hat eine Füllmenge von 2000 Milliliter. Die Flasche ist aus hochwertigem Polyethylen gefertigt. Der Sprühkopf ist aus Messing. Er ist einstellbar, somit lässt sich das Sprühbild zwischen Strahl und feinem Nebel stufenlos einstellen. Der Ansaugschlauch ist mit einem Gewicht versehen, somit ist die Flasche auch für Überkopfarbeiten geeignet.